so hallo und herzlich willkommen heute neues video und zwar wieder zu dead matter in drei tagen geht die closed alpha los und ich sehe ich lese gerade immer in facebook gruppen so wo kann ich mir kaufen wie bekomme ich den zugang zu der closed alpha jetzt zeige ich ganz kurz einfach was sie machen müsst ihr geht auf diesen link den link werde ich euch in die videobeschreibung reinpacken kurzer unterbrechen wenn ihr eine dead matter gewinnen wollt als ich verlost zwei kopien von dem game key einmal zum eben sonderstag unter dem youtube video das werde ich hier verlinken bzw findet ihr auf meinem youtube kanal mit dem anleitung wie ihr damit machen können dann werde ich am donnerstag auf jeden fall auch ab schon morgens direkt live streamen ziemlich lange und wer da dann auch noch mal eine dead matter verlosen und jetzt weit im kontext ihr geht also auf die webseite dann auf store dann könnt ihr hier rechts die verschiedenen versionen aussuchen die ihr möchtet also wenn ihr allein seiten einfach nur den game key wollt könnt ihr den 35 ich glaube kanadische dollar vermutlich mal kaufen das wird ungefähr weiß ich nicht 28 oder 30 30 euro sein hier könnt ihr einen kaufen da bekommt ihr halt noch so spezial gegenstände drin dazu quasi und zwei keys also sobald ihr zu zweit seid oder mehr seid lohnt es ist eigentlich auch direkt nur die zwei keys zu kaufen dann gibt es eben noch verschiedene supporter packs da könnt ihr euch einfach mal durchlesen was ihr davon möchtet wie gesagt wenn ihr das einfache game wollt holt ihr euch das hier für 34,99 wenn ihr zu zweit oder zu mehr seid 44,99 dann geht ihr drauf müsst euch einloggen einmal einloggen single pack purchase dollar und dann gibt es ganz viele verschiedene ja ich weiß nicht ich will es nicht noch mal kaufen deswegen gehe ich jetzt nicht weiter kann ich jetzt mal beidrücken naja der geht schon automatisch auf mein paper also es gibt shiro pay paypal kreditkarte alle möglichen zahlungsmethoden von dem her müsste es für jeden kein problem sein und ansonsten wenn ihr gerade nicht das geld überhaupt macht auf jeden fall mein giveaway teil nehmt an die auf jeden fall mein giveaway teil und dann sage ich jo ich hoffe also ihr kriegt dann den key an dem tag an dem donnerstag per e mail zugeschickt ihr müsst euch eben einfach nur auf der seite registrieren und dann das gegebenenfalls einfach eben kaufen und kriegt dann den key an dem tag per e mail zugeschickt und hier und dann freue ich mich auf donnerstag schreibt auf jeden fall in die kommentare was ihr euch von dem spieler hofft oder was euch am meisten freut auf das game und dann sage ich vielen dank fürs einschalten gebt einen daumen hoch abonniert den kanal und ich sag vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal